Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum aktuellen Transferreport aus der 1. und 2. Bundesliga. Auf dem Transfermarkt ist ja einiges los. In der 2. Liga werden sich sicherlich einige Vereine ihre Mannschaften nochmal korrigieren. Nach dem Saisonstart und in der Bundesliga, dort laufen natürlich noch die grundsätzlichen Planungen für die nächste Spielzeit. Deswegen wird sie auch transfertechnisch noch einiges tun und wir blicken mal deswegen heute auf die aktuellsten Transfer-News aus Liga 1 und Liga 2. Mit besonderem Blick auf Frankfurt, Dortmund, Bochum, Bayern und Stuttgart, aber natürlich auch auf alle weiteren Vereine, wo aktuell ordentlich was los ist. Also lasst uns reingehen in den aktuellen Transferreport. Legen wir los mit dem VfB Stuttgart, denn der soll wohl kurz vor einem Transfer von Dennis Undaf stehen. Denn wie man mittlerweile auch von Sky hört, soll sich Undaf dem VfB Stuttgart anschließen. Es gibt wohl mittlerweile zwischen dem Spieler und dem VfB eine mündliche Einigung und es geht wohl um eine Laie mit anschließender Kaufoption. Der deutsche Mittelstürmer steht ja aktuell noch bei Brighton in Hope Albion unter Vertrag in England und konnte sich dort aber nicht so wirklich durchsetzen. Zuvor bei Union Sajula in Belgien hat er eine wirklich tolle Entwicklung genommen über die Regionalliga und Liga 3 in Deutschland. Eben dort aufgestiegen und dann in der ersten Liga mit einer fabelhaften Torquote auf sich aufmerksam gemacht und deswegen eben dann noch den Schritt nach England gewagt. Dort, wie gesagt, hat es für Undaf nicht so wirklich funktioniert und trotzdem hat er eben schon in seiner Karriere gezeigt, was er kann und dass er es kann. Und deswegen wäre das für mich auf jeden Fall ein super interessanter Deal für den VfB Stuttgart. Eben auch erst recht, wenn man es schafft, hier erstmal eine durchaus dann günstige Laie mit anschließender Kaufoption auszuhandeln. Ich glaube, dort kann Stuttgart dann auf jeden Fall sehr wenig falsch machen. Klar ist, Dennis Undaf wäre dann eine richtig gute Option im Sturmzentrum, ob als Backup für Girassi, als Nebenmann oder vielleicht sogar auch als Ersatz. Muss man dann sicherlich nochmal schauen, aber Undaf mit den Konditionen zu bekommen, das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Zwischen dem Spieler und dem VfB, wie gesagt, da soll es eine Einigung geben. Mit dem Verein selber muss sich Stuttgart dann natürlich noch einigen, aber es sieht, wie gesagt, auf jeden Fall gut aus, dass es hier eine Laie mit Kaufoption werden wird. Eine Laie will man natürlich beim VfB, bei Konstantinos Mavropanos logischerweise nicht. Und mittlerweile ist aber natürlich auch klar, Mavropanos würde gerne weiterziehen. Nach drei Jahren beim VfB Stuttgart will er den nächsten Schritt machen, aber eine Entscheidung steht ja weiterhin aus. Zuletzt führt sie ja die heißeste Spur nach England, zu Nothingham Forest, aber nun rückt auch wieder verstärkt die SSC Neapel in den Fokus. Denn laut Sky führt der italienische Meister, der ja schon seit Wochen mal, seit Mavropanos wirklich auch mal auf den Markt gekommen ist, als Interessent gehandelt wurde, Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart, denn bei Neapel ist man natürlich konkret auf der Suche nach einem Ersatz für Minja Kim, der ja zu den Bayern gewechselt ist. Mavropanos hatte dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel von ca. 30 Millionen Euro. 20 Millionen Euro stellt sich der VfB aber dann erstmal als Verhandlungsgrundlage vor. Napoli hofft auf jeden Fall auch diesen Preis nochmal so ein Ticken zu drücken, aber Stuttgart will wohl mindestens diese 20 Millionen Euro haben. Denn der Verein aus England, der interessiert werden wir noch länger im Forest, die haben wohl 10 Millionen Euro geboten. Das war deutlich zu wenig für den VfB Stuttgart und somit gibt es eben hier die reelle Chance für Neapel zuschlagen zu können. Ich denke mal, für Mavropanos selber kann auf jeden Fall ein Wechsel zu Napoli unglaublich reizvoll sein. Es wäre eben dann noch dieser genau nächste Schritt. Der Grieche hat zwar auch immer wieder betont, dass er gerne in der Premier League spielen würde oder wieder in der Premier League spielen würde. Er hat zuvor für Arsenal gespielt, aber ich denke mal Napoli, wenn die wirklich ernst machen und es eine Einigung zwischen ihnen und Stuttgart gibt, dann kann das schon wirklich ein sehr interessanter Deal sein. Einer, der die Bundesliga auch verlassen könnte, ist ja Jibril Sow. Sein Vertrag bei der SGE läuft nur noch ein Jahr. Ja, Frankfurt ist durchaus bereit, ihn abzugeben, weil man ihn eben dann auch in einem Jahr nicht ablösefrei verlieren möchte. Und mittlerweile ist wohl auch klar, wo die Reise hingeht, denn Jibril Sow steht wohl kurz vor einem Wechsel nach Spanien. Denn nach Informationen von Sport1 ist der Transfer von Eintracht Frankfurt zum FC Sevilla perfekt. Die Hessen kassieren für den 26-jährigen Schweizer eine Ablöse, die wohl im besten Fall auf 14 Millionen Euro anwachsen kann. In den vergangenen Tagen buhlte ja auch vor allen Dingen Lazio Rom um Source-Dienste und war ja ebenfalls wohl schon sehr weit. Vor ein paar Tagen hieß es ja, dass der Serie A-Vertreter sogar zwei Millionen mehr bietet als die spanische Konkurrenz. Aber Sevilla hat wohl seine Offerte nochmal aufgebessert und steht nun also vor dem Vollzug. Damit kassiert Frankfurt sicherlich nochmal eine ganz gute Ablösesumme für den Mittelfeldspieler ein Jahr vor Vertragsende. Trotzdem ist natürlich auch klar, dass man in den nächsten Leistungsträger verliert. Man hat aber ja auch im Mittelfeldzentrum schon ganz gut nachgelegt und somit wird hier auch der Umbruch nochmal größer ausfallen bei Frankfurt. Denn auch ein weiterer Spieler könnte die SGE verlassen und das kommt durchaus überraschend mit Diyan Ramay. Der gilt ja als Torwarttalent in Deutschland, wo man schon auch eine gute Zukunft sieht. Ist ja auch nicht umsonst. U20, Nationaltorhüter, hat am 17. Spieltag gegen Freiburg auch gezeigt, was er in der Bundesliga kann. Und in Frankfurt traut man seiner aktuellen Nummer 2 ja auch durchaus zu, in Zukunft Kevin Trapp zu beerben. Und sein Vertrag wurde ja auch bis 2027 verlängert und trotzdem braucht eben auch Ramay deutlich mehr Spielpraxis. Und nun kommt auch nochmal hinzu, dass Ajax Amsterdam offenbar einen überzeugenderen Plan für Ramay mit im Gepäck hat. Denn wie man aus der Niederlande hört, steht der Klub wohl kurz zu der Verpflichtung des 21-Jährigen. Mündlich ist sich Ajax mit dem Eintracht-Profi bereits einig. Auch die Übereinkunft mit Frankfurt selbst soll dem Bericht zufolge in greifbarer Nähe liegen. Grundsätzlich war ja Frankfurts Plan, wenn man Ramay abgibt, dann eigentlich nur Verleihen und dem Spielpraxis zu geben. Ich glaube allerdings nicht, dass das für Ajax irgendein Modell ist. Dort ist ja Sven Mislintat für die Transfers zuständig. Er hat ja auch schon beim VfB Stuttgart immer wieder gezeigt, auf junge Spieler setzen zu wollen. Somit könnte Diant Ramay da schon sehr gut ins Profil passen. Mittlerweile hört man ja auch von der möglichen Ablöse rund um die 8 Millionen Euro. Das wäre natürlich schon ein fetter Deal auch für die SGE. Auch wenn man natürlich bei Ramay eine gute Perspektive sieht, wäre das schon unglaublich viel Geld. Geld wird der VfL Wolfsburg ja wohl auch nochmal für die Position des linken Verteidigers in die Hand nehmen. Robin Gossens war ja dort eigentlich der Wunschkandidat. Mit ihm selber war man sich ja eigentlich auch schon einig. Aber Gossens selber sieht sich auch dann trotzdem durchaus bei Inter. Plus eine Eindigung mit dem Klub gab es ja auch nicht. Und trotzdem steht der VfL Wolfsburg mittlerweile vor der Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich nämlich der Bundesligist bereits mündlich mit Sassu Odo Calcio auf eine Verpflichtung von Rogerio geeinigt. Nächsten Tage, die nächsten Stunden könnte dort auf jeden Fall was passieren. Der 25-jährige Brasilianer soll ein Wolf werden. Das berichtet Romano. Rogerios Vertrag beim italienischen Erstligisten läuft nächstes Jahr aus. Dementsprechend dürfte auch die Ablöse überschaubar ausfallen. Und damit wäre er sicherlich auch deutlich günstiger als Robin Gossens. Auch Sassu Odo's Geschäftsführer hat mittlerweile den Deal bestätigt. Denn der hat gesagt, dass es eine Einigung mit dem VfL Wolfsburg auf jeden Fall gibt. Jetzt liegt es am Spieler, ob er im Rogerio auch zum VfL möchte. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus, dass Wolfsburg einen neuen Außenverteidiger verpflichtet. Einen neuen Außenverteidiger sucht ja auch der 1. FC Köln. Nicht die Wolfsburg für die linke Seite, aber für die rechte Seite soll ein Ersatz, ein Herausforderer für Benno Schmitz gefunden werden. Und das hat man wohl mittlerweile. Denn der SFC Köln zeigt konkretes Interesse an Rasmus Carstensen vom KRC Genk. Wie die Bild nämlich berichtet, befinden sich die Geisböcke bereits seit Wochen in Kontakt mit dem 22-jährigen Rechtsverteidiger. Der Transfer könnte wohl tatsächlich über die Bühne gehen. Okay, offen sei laut der Bild noch, ob es beim dänischen U1 Nationalspiel auf einen festen Klubwechsel oder eine Laie hinausläuft. Seine Perspektive bei seinem Stammverein Genk, die ist auf jeden Fall nicht wirklich gut. Auch deswegen sind die Belgier bereit, das dänische Talent, für das man ja selber noch 3 Millionen Euro gezahlt hat, schon wieder abzugeben. Und ich denke mal, für Köln kann Carstensen auf jeden Fall ein sehr interessanter Konkurrent für Benno Schmitz sein. Und wie man aus Dänemark mittlerweile hört, sind in den Verhandlungen zwischen den Klubs zwar noch ein paar Dinge zu klären. Es werden aber wahrscheinlich auf eine Laie mit Kaufoption hinauslaufen. Und dann hätte eben auch Köln den gesuchten rechten Verteidiger gefunden. Beim VfL Bochum, da wird das Transfer-Tagion sicherlich noch einiges passieren. Vor allem auch in der Abwehr möchte man ja nochmal nachlegen. Und dort gibt es weiterhin den Kandidaten Kevin Schlotterbeck und der Transfer-Poker, der läuft auf jeden Fall weiter. Denn, wie die WAZ berichtet, ist der VfL Bochum der Wunschverein des Innenverteidigers vom SC Freiburg. Er möchte auf jeden Fall weiterhin für den VfL spielen. Eine Einigung zwischen den beiden Bundesligisten, die gibt es aber weiterhin nicht. Denn Freiburg fordert in dem Bericht zur Folge 3 Millionen Euro. Und das ist Bochum zu viel Geld. Bereits in der vergangenen Rückrunde spielte ja Schlotterbeck auf Leihbasis für den Revierklub. Hat dort eine ganz gute Rolle gespielt. In Freiburg wird da keine große sportliche Perspektive haben. Und deswegen wäre sicherlich ein fixer Transfer für alle Beteiligten die beste Lösung. Aber der Sportklub beharrt auf jeden Fall auf seine Ablöseforderung von 3 Millionen Euro. Und das macht eben den Wechselstand jetzt durchaus schwierig. Es bleibt aber dabei, Bochum will in der Innenverteidigung nochmal nachlegen. Denn Schlotterbeck ist und bleibt auch hier der Wunschspieler. Und eine andere Position, wo er Bochum nachlegen wollte, ist die des linken Verteidigers. Und dort kann man wohl bald einen Haken machen. Denn der VfL Bochum soll sich offenbar die Dienste von Bernardo von RB Salzburg sichern. Laut Tief im Westen, das VfL Magazin, befindet sich nämlich der Revierklub in weit fortgeschrittenem Gespräch mit dem 28-jährigen Außenverteidiger. Nur noch Details und auch der Medizincheckstunden stand jetzt aus. Und damit kann es hier auf jeden Fall schnell gehen. Denn das Ziel der Bochumer sei es, den Bernardo Transfer noch in dieser Woche offiziell zu verkünden. Wie viel Ablöse der VfL zahlen muss, ging hier erstmal noch nicht wirklich raus aus dem Bericht. In Salzburg plampern nicht mehr mit dem Linksfuß. Sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Ich denke mal, Bernardo selber kennen einige von euch noch. Zwischen 2016 und 2018 hat er ja für RB Leipzig in der Bundesliga gespielt. Und von dort ging es eben dann für satte 10 Millionen Euro weiter zu Brighton and Half Albion. Und drei Jahre später eben dann zurück nach Salzburg. Und die Watz, die hat mittlerweile nochmal weitere Details geliefert. Denn Bochum muss wohl weniger als eine Million Euro Ablöse für Bernardo überweisen. Und zudem soll die Vertragsunterschrift auch noch am heutigen Mittwochvormittag erfolgen. Sprich, wenn ihr das Video seht, könnte der Bernardo-Deal auch schon fix sein. Und wenn ich eben dann die Ablöse höre, plus Bernardo, der defensiv flexibel einsetzbar ist, sehe, dann ist das für mich auf jeden Fall ein super interessanter Deal für den VfL Bochum. Interessant wird es auch bei Bayer Leverkusen. Denn dort war ja schon seit längerer Zeit klar, im Mittelfeld muss der Kader noch ein bisschen ausgedünnt werden. Und Kerem Demebay, der ist ja auch hier ein sehr wahrscheinlicher Kandidat. Und mittlerweile hat Galatasaray Istanbul in einer offiziellen Mitteilung die Verhandlungen mit Demebay auch bestätigt. Die Verpflichtung des Mittelfeldspielers steht damit auch unmittelbar vor dem Vollzug. Eine Einigung mit Bayer Leverkusen, die ist wohl auch schon erzielt. Dem Vernehmen nach fließen 4,5 Millionen Euro von Galatasaray nach Leverkusen. Mit Zuschlägen kann die Ablöse noch um zwei weitere Millionen Euro ansteigen. Demebay selber ist er mit einer Ablöse von 32 Millionen Euro der teuerste Neuzung in Leverkusener Klubgeschichte. So richtig gerecht wurde er dem sicherlich nie. Und auch in den vergangenen Wochen war ja seine Perspektive nicht allzu besser geworden in Leverkusen. Auch deswegen ist das sicherlich ein Transfer, der für alle Beteiligten auf jeden Fall passend ist. Und dann haben wir noch einen weiteren teuren Spieler bei einem Bundesligisten, der dort nie so wirklich angekommen ist. Und das ist André Silva. Und bei RB Leipzig kann man das Kapitel Silva offenbar Zeiten erschließen. Denn nach Informationen der BILD hat der Portugiese Einigung mit Real Sociedad erzielt. Zudem seien auch die beiden Klos mittlerweile übereingekommen. Sprich ein Wechsel steht kurz vor dem Abschluss. Silva wird wohl zunächst per Laie nach Spanien wechseln. Zudem soll es aber auch eine Kaufoption oder sogar eine Kaufpflicht geben. Und ganz interessant, Silva selber soll ja in Spanien bei Real Sociedad Sörloth ersetzen. Auch das ist ja ein ehemaliger Leipziger Stürmer, der auch teuer Geld gekostet hat, aber auch bei RB nie so wirklich funktioniert hat. Silva selber, der bekommt ja bei Leipzig ein aktuelles Gehalt von 7 Millionen Euro. Genau das kann man eben dann größtenteils schon mal einsparen bei RB. Und auch deswegen war man ja auch bereit, Silva nach den Transfers von Sesko und Openda abzugeben. Weil man eben auch dort ja deutlich zu viele Optionen hat. Plus eben auch Silva zu teuer ist für das, was er bislang so gebracht hat. Bleiben wir bei RB Leipzig und sprechen über einen möglichen Neuzugang. Denn Josco Guardiol steht ja wohl nun doch vor einem Wechsel zu Manchester City. Und den potenziellen Nachfolger, den hat der Max Elber schon seit Wochen auf dem Zettel. Und das ist Castello Luqueba. Mit ihm selber ist man sich ja schon seit Wochen auch einig. Was weiterhin fehlt, ist aber auch die klare Zusage von seinem Klub Olympique Lyon. Und dort könnte aber RB nun ein Stück näher gekommen sein. Denn, wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Sachsen ihre Offerte auf 32 Millionen Euro plus bei der Verkaufsbeteiligung erhöht. Und somit könnte eine Einigung nun auch in greifbarer Nähe rücken. Klar ist, für Leipzig aber auch mehr möchte man für Leipzig aber auch eigentlich nicht auf den Tisch legen. Mit ihm selber ist man sich ja wie gesagt einig. Vertrag bis 2028. Aber es gibt eben hartnäckige Verhandlungen mit Olympique Lyon. Und trotzdem ist man der ganzen Geschichte nun wohl ein gutes Stück näher gekommen. Und wenn wir dann schon über Preisverhandlungen reden, dann kommt auch der Name Mejim Birisha mal wieder ins Spiel vom FC Augsburg. Denn erst vor einem Monat hatte der FCA den bisherigen Leihstürmer für 4 Millionen Euro festverpflichtet von Fenerbahce Istanbul. Doch schon dort war klar, der Nationalspieler soll auch durchaus gewinnbringend weiterverkauft werden. Der Preis, der ist aber mittlerweile gesunken. Denn, wie der Kicker berichtet, hofft der FCA mittlerweile auf 11 bis 15 Millionen Euro Ablösesumme. Zuletzt war ja hier immer mal wieder von 16 bis 20 Millionen Euro die Rede. Der Rabatt hat aber wohl jetzt mit Birishas Verletzung am Sprunggelenk zu tun, durch die er eben bislang die komplette Vorbereitung verpasste und auch bei einem neuen Klub erstmal Fitness aufbauen müsste. Deswegen ist Augsburg auch durchaus bereit, hier bei der Ablöse mit sich reden zu lassen. Aus der Bundesliga wurden ja bislang Bremen und Wolfsburg mit Birisha in Verbindung gebracht. Laut dem Kicker liebäugelt er selber, aber mit dem Wechsel zu einem amazonierten italienischen Erstligisten. Wirklich konkret ist dort aber aktuell noch nichts. Konkret werden bei Dortmund auch aktuell keine neuen Spieler gehandelt. Trotzdem gibt es klare Planungen, auf welchen Positionen man nachlegen möchte. Und dort spielt auch das Sturmzentrum eine große Rolle. Denn Yusufa Moukoukou ist im Januar sowie auch in den ersten zwei Februarwochen der einzige Stürmer beim BVB. Denn Sebastian Allaire wird wohl dann mit der Elfenbeinküste beim Afrika Cup teilnehmen. Und Dortmund will wohl auch deswegen in der Offensive nochmal nachlegen. Denn den Ruhrnachrichten zufolge läuft die Fahndung nach einem geeigneten Kandidaten. Gesucht wird allerdings kein reiner Mittelstürmer wie zum Beispiel Niklas Füllkrug, sondern eher ein flexibel einheitsbarer Spieler, der womöglich auch auf den Flügeln oder eben auch mal hinter Haller auflaufen kann. Nicht umsonst war ja auch Dortmund ja immer wieder an Luis Openda interessiert, der auch am Ende dann in die Bundesliga wechselt. Allerdings zu RB Leipzig und das ja auch für satte 40 Millionen Euro. In diesen wirtschaftlichen Spreien will man sich bei Dortmund aber gar nicht bewegen. Man sucht eher nach einem günstigeren Spieler, flexibel offensiv einsetzbar. Und ich denke mal, das macht auch auf jeden Fall Sinn. Denn zum einen hat man, wie ich finde, offensiv ohnehin noch Nachholbedarf, vielleicht auch für die Flügelposition nochmal einen weiteren zu bekommen. Und könnte man eben dort jemanden holen, der auch dann in den Winterwochen Allaire im Sturmzentrum mit Moukou zusammen ersetzen kann. Ich denke mal, dann würde man hier auch auf jeden Fall vieles richtig machen. Richtig machen will ja auch der FC Bayern München. Vieles auf dem Sommertransfermarkt. Problem bis hierhin ist der Deal mit Kim der einzige, der so wirklich neben eben dann ablösefreien Guerrero und Leimer funktioniert hat. Man sucht ja noch einen neuen rechten Verteidiger, einen neuen Stürmer. Walker, Kane sind die Wunschkandidaten. Trotzdem auch dort noch lange nichts fix. Und auch auf der Sechser-Position möchte ja Thomas Tuchel sehr, sehr gerne nachlegen. Er hat ja auch gestern nochmal betont, man sucht auf jeden Fall einen tiefstehenden Sechser, der eben für die Defensivarbeit zuständig ist. Das will man auf jeden Fall noch gerne machen. Und ein Kandidat in München ist auch weiterhin Aurelion Chouameni von Real Madrid. Laut Sport1 hält man es nämlich bei den Münchnern denkbar, dass der Mittelfeldspieler dann auch eher gegen Ende des Transferfensters auf den Markt kommen könnten. Sollten eben auch seine Einsatzzeiten zur Saisonbeginn nicht wie gewünscht ausfallen. Und mit Blick auf die Konkurrenz im königlichen Mittelfeld ist das zumindest mal nicht völlig ausgeschlossen. Zwar ist Chouameni bei Real der einzig nominelle defensiv ausgeprägte Sechser und trotzdem muss der schon in der abgelaufenen Saison häufig mit der Joker-Rolle Vorlieb nehmen. Und in Gesprächen mit Chouaminis Management habe Bayern auch mitgeteilt, dass man den französischen Nationalspieler auch per Laie an Bord holen würde, sollte ein Verkauf für Real oder für den Spieler selber keine Option sein. Stand jetzt geht in Tendenz aber noch zu einem Verbleib in Madrid. Aber wie gesagt, Bayern bereitet sich darauf vor, dass es passieren könnte, dass Chouameni am Ende des August um auf den Markt kommt. Und dann wäre man wohl sogar dazu bereit, ihn auch nur auszuleihen. Und damit ist das der aktuelle Transferreport aus der 1. und 2. Bundesliga. In Liga 2 aktuell nicht ganz so viel los. Aus Liga 1 noch mal ganz kurz ein Update für euch. Der Abgang von André Silva, der ist mittlerweile auch offiziell. Also eure Meinung zu den ganzen News mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, Chou und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.